Herzlich willkommen zum Matt-Rätsel vom 30. Oktober 2021. Schwarz am Zug setzt in drei Zügen Matt. Wir beginnen hier mit Dame F4 Schach und verhindern, dass der König über die G-Linie wegläuft. Der König muss nach H5 und hier müssen wir erstmal Dame schlicht F5 Schach geben, den Bauern wegnehmen. König H4 wieder, zurück nach F4, sonst läuft der König weg. König H5 und jetzt können wir mit G6 den weißen König Schach matt setzen. Einen anderen Weg gab es nicht, also Dame H6 Schach hier bringt nichts, dann läuft der König weg. Ihr müsst aufpassen, dass der König nicht wegläuft über die G-Linie. Ich hoffe, die meisten von euch haben es gefunden und dass wir uns hier morgen wiedersehen.